Moin Freunde und herzlich willkommen zu meiner Story-Zusammenfassung für den Übergangsroman Shadows Rising oder Aufstieg der Schatten im Deutschen. Ich habe das Buch vor kurzem beendet, mir einige Notizen gemacht und will euch jetzt eine kleine Zusammenfassung geben, damit ihr ungefähr wisst, falls wir nicht gelesen haben, was denn zwischen BFA und Shadowlands passierte. Wir starten in Westfall, da sind Anduin und Shaw unterwegs und unterhalten sich mit einigen Bauern, die nicht ganz so gut auf den König von Stormwind zu sprechen sind, da sie in den Kriegen viel verloren haben und kurz bevor diese Situation eskaliert, kommt Aleria hinzu durch ein Lernportal und muss leider berichten, dass sie Sylvanas nicht finden konnte, das war nämlich ihr Auftrag. Anduin zweifelt derweil an so gut wie allem, auch sich selbst und spürt fiese Stiche in seinen Gedanken, wenn er Aleria ansieht, Licht und Leere, wieder einmal im Konflikt. Und wir erfahren, dass der Plan von Aleria und Verisa eigentlich lautete, Sylvanas gegen Entsars und dann schauen, was passiert und die Reste entsprechend verwerten, ist nur nicht so gut gelaufen. Wir springen nach Orgrimmar, dort erinnert sich Thrall an die gute alte Zeit, Frieden, Jaina, Horde, Allianz, wird dann aber wieder ins Hier und Jetzt gerissen. Die Hordenanführer, die ja mittlerweile einen Rat gegründet haben, haben viele Punkte auf der Tagesordnung. Lilian Vos und Kalia, die Zukunft der Verlassenen, Talanjis Rache und bevor das Ganze vollends eskaliert, wird Thrall von einem Botschafter des Irrnden Rings aufgesucht und dieser warnt ihn vor einer drohenden Gefahr, denn die ahnen Geister in der Geisterwelt, die rufen und sie als alteingesessene Schamanen sollten zuhören und antworten. Außerdem gibt es interessante Bewegungen in Nazmir, denn verbannte Trolle, die Anhänger von Yasma, das ist unser Endboss aus Attaldazar, die wollen Talanji töten, die sind mit den Entwicklungen sehr unzufrieden, sind fleißig am Giftmischen und wir erfahren, dass sie mit Nathanos zusammenarbeiten, kann also heiter werden. Nachdem wir das erfahren haben, springen wir wieder nach Orgrimmar, dort soll ein Attentat auf Talanji verübt werden und während Sekhan versucht mit ihr zu flirten, stolpert er in einen Diener, der gerade Wein bringen wollte und bemerkt anschließend Gift im verschütteten Wein. Er schützt Talanji, haut einen Blitz auf den Attentäter und dieser richtet sich selbst mit einem Dolch, bevor man mehr aus ihm rauskriegen konnte. Talanji reißt darauf wutentbrannt ab, auch weil zuvor keiner wirklich zuhören wollte, als sie Rache für ihren Vater forderte. Und so springen wir mit Talanji nach Dazar Alor, da geht's ihr nicht wirklich gut, sie ist sauer, sie mag es selber nicht, dass sie so früh weg ist, aber noch weniger mag sie ist, dass keiner ihr helfen wollte. Sie denkt an ihren Vater, an den guten Rastakhan und ruft nach Bwonsamdi. Die sprechen über die Situation, klassischer Bwonsamdi, er bietet einen weiteren Deal an, könnte ja Rastakhan beschwören, dann können sie sich unterhalten, aber natürlich nicht einfach so. Und währenddessen gesteht er, dass er derjenige war, der Sekhan schubste und sie somit beschützt hat. Talanji ist sich trotzdem sehr unsicher, wünscht sich eigentlich am meisten, Rezan wäre noch da, den würde sie auch gerne sehen und Bwonsamdi ist daraufhin total traurig. Schon auf die Bwonsamdi-Art und Weise, aber er meint, er ist nicht einfach irgendein Diener und verschwindet im Anschluss. So sad. Im Folgenden erfahren wir mehr von Nathalos Plänen, der soll nämlich dafür sorgen, dass Bwonsamdi verschwindet, er soll ihn also salopp gesagt einfach töten, deswegen arbeitet er mit den Rebellen zusammen, will auch Talanji, die er mit ihm in Verbindung steht aus dem Weg räumen und observiert und streut Gerüchte und versucht so ein bisschen, das Volk gegen die Königin aufzuheizen, während Sekhan zum Botschafter ernannt wird für die Horde und der begibt sich dann nach Suldazar. Während all das passiert, steht aber auch die Allianz nicht still. Anduin Gen und Turalyon, die sprechen über Allianzleichen, die gefunden wurden und eben jene wurden durch Zanallari-Pfeile hingerichtet. Turalyon wird daraufhin zum Oberkommandant der Allianztruppen ernannt und soll Silvanas jagen, denn auch die Allianz-Anführer haben langsam die Schnauze voll und haben noch nicht so ganz den Durchblick, wer jetzt mit wem und wieso genau. Also im Grunde so, wie wenn wir plötzlich neue Trailer analysieren und noch nicht genau wissen, wer jetzt Puppe und wer Marionettenspieler ist und darum zieht Anduin durch. Er nennt Turalyon und hofft, dass jetzt alles besser wird. In der Saalor hält Talanji derweil eine Rede, sie spricht mit dem Rat zum Volk und das Volk ist natürlich nicht blind und taub. Noch schlimmer, Nathanos hat ja Gerüchte säen lassen. Insofern stellen die die Horde in Frage, sie wissen von dem Attentat, fürchten, dass ihre Königin, ihre Führung zu schwach ist und dann taucht Sekan auf. Und das hat er sich ein bisschen anders vorgestellt, denn das Volk erkennt ihn als Hordenmitglied und stürzt sich erstmal auf ihn. Talanji lässt ihn dann allerdings retten, führt ihn durch den Palast und der erste Angriff der Rebellen geht sofort los. Die können allerdings zerschlagen werden und erzählen irgendwas vom Witwenbiss. Und das sind so die ersten Hinweise, die dann auch Talanji und Co. erreichen. Allerdings wurde keiner von unseren wichtigsten Kollegen verletzt. Kurz darauf trifft Sekan auf Wonsamdi und was soll anderes passieren? Sie machen natürlich einen Deal. Sekan soll Talanji wieder zur Horde führen und dafür bekommt er eine Vision des Todes. Und diese Vision, die zeigt Saurfang und Dranosch, seinen Sohn, auf der Jagd. Und alles ist wirklich schön, so wie man sich das gemeinsame Nachleben vorstellen könnte. Und es entpuppt sich eben auch als eine solche Erinnerung von Saurfang. Als Sekan dann fragt, ob sein Vater auch wartet, will Wonsamdi die Überraschung allerdings nicht verderben und haut ab. Was wir aber auch wissen, Wonsamdi ist ein alter Trixer. Ob das mit dieser Vision wirklich so hinkommt, das bleibt noch abzuwarten. Wir springen wieder zur Allianz. Aleria und Turalyon sind im Arathi-Hochland unterwegs. Und Aleria träumt auf schlimmste Art und Weise von ihrem Versagen und dem Sterben durch Silvanas. Sie finden ein Flüchtlingslager, wollen Hinweise auf dunkle Waldläufer finden. Und Turalyon versucht es lichtgesandterweise mit Bitten und mit Gaben für die Flüchtlinge. Und das bringt alles nicht so viel. Darum nutzt Aleria die Lehre, bringt eine Orgfrau fast um, bis ein Verlassener dazwischen geht. Und dann davon berichtet, dass sie eine Waldläuferin verletzt gefunden haben. Sie haben sie geheilt und dann war sie auch schon weg. Die Allianz zieht ab, ist erstmal zufrieden und Aleria befiehlt am Ende noch, diesen Verlassenen nach Sturmwind zu bringen. Denn sie hätte gern noch weitere Details. Während die Rebellentrolle in Nazmir sich weiter vorbereiten, erfahren wir auch einiges über Jaina. Die ist nämlich gerade unterwegs, tritt aus einem Portal und kommt bei Turalyon und Aleria raus, die gerade dabei sind, mit den Mächten von Licht und Leere einen Schmuggler zu verhören. Jaina ist davon nicht begeistert, aber sie haben die Info bekommen, die sie brauchten. Die dunkle Waldläuferin ist unterwegs nach Zandala mit einem Schiff und es bleibt nur wenig Zeit, sie noch einzuholen. Das berichtet sie auch Anduin. Dieser wirkt in dieser Szene allerdings ungewöhnlich kalt. Sein Herz wirkt hart und er vertraut Turalyon und Aleria und weiß, dass solche schwierige Entscheidungen getroffen werden müssen. Und er will Shaw schicken, um das Boot entsprechend aufzuhalten. Im Anschluss bekommen wir eine sehr schöne Szene von Matthias Shaw und Finn Schönwind auf dem Boot. Die lernen sich kennen. Man erfährt einiges über die gut laufenden Spionagen der Allianz. Die wissen von Talanji, die wissen von Sekan, die spekulieren über einige Ereignisse. Also Shaw hat da auf jeden Fall seine Fäden in der Hand. Allerdings werden sie plötzlich von sehr unnatürlichen Stürmen überrascht. Bevor wir dazu allerdings mehr erfahren, springen wir zu Nathanos und Sira. Die treffen die Rebellen in Nazmir und Apari, die Oberhexe, der Boss der Rebellen. Die tritt vor und erzählt, dass sie vom Plan gegen Wonsam die weiß und sie möchte gern helfen. Dafür braucht sie allerdings etwas Mächtiges von Nathanos. Und dieser bietet dann nach einigem Hin und Her eine Kette aus Lebzeiten an, die eine gewisse Verbindung zu Sylvanas hat. Und das ist genau das, was die Hexe für ihre folgenden Pläne braucht. Die Horde hält allerdings auch nicht die Füße still. Thrall, Bane, Kalia und Yuka, das ist der Schamane vom Anfang, der Thrall aufsuchte, die treffen sich bei Norderassil mit Tyrande, Malfurion, Chandris und Maiev. Und die Stimmung ist nicht gerade einladend, die da herrscht. Auf Anweisung des Schamanen wollen sie über den Aufruhr im Geisterreich sprechen. Und bevor es dazu kommt, entschuldigt sich Thrall erstmal, weil auch ihm diese kalte Atmosphäre nicht entgangen ist. Er entschuldigt sich im Namen der Horde, gelobt Veränderungen. Es geht natürlich um Sylvanas und um eine bessere gemeinsame Zukunft. Das lässt Maiev und Tyrande allerdings weiterhin komplett kalt. Die sind total kontra. Und Tyrande glaubt ihm diese Entschuldigung, glaubt ihm, dass er die Wahrheit spricht, wenn ihm die tausenden verbrannten Seelen verziehen haben. Und das ist natürlich erstmal eine Ansage. Die Horde kehrt daraufhin um und Thrall hat Tyrande aber weiterhin im Auge und versteht den Zorn, versteht ihre Auffassung von Gerechtigkeit. Und er erinnert sich an die Botschaft, die Tyrande ihm im Vorfeld geschickt hat. Da stand, bring mir, was du schuldig bist. Und er dreht sich dann nochmal um und sagt, ich bring dir den Kopf von Sylvanas. Und Tyrande wirkt etwas entspannter. Aber man könnte fast sagen, es deutet sich so ein Lächeln an und Thrall weiß, okay, wir haben einen harten Weg vor uns, wenn das hier irgendwie funktionieren soll. Wonsamdi ist derweil ebenfalls nicht so gut drauf. Er berichtet Talanji, dass er schwächer wird. Und Talanji erkennt, dass sie die Horde braucht, um seine Schreine und Sandala zu schützen. Denn in Nazmir, wissen wir, läuft aktuell auch einiges aus dem Ruder. Und er wird die Chance genutzt. Sie sagt, sie hilft Wonsamdi, sie geht zur Horde. Aber nur, wenn er den Pakt von den beiden löst, sobald er wieder mächtig ist. Und Wonsamdi willigt widerwillig ein. Das heißt, der Loa der Könige, beziehungsweise dieser Platz, der wäre dann wieder frei und Talanji von Wonsamdi getrennt. Gefällt ihm natürlich überhaupt nicht, aber eine Wahl hat er gerade auch nicht. Zekan als offizieller Botschafter spricht derweil vom Rat und Talanji über Uneinigkeit. Und eigentlich will man die Horde, aber es gibt natürlich Unsicherheiten. Und es ist ein großes Hin und Her. Die Sitzung löst sich auf, alle diskutieren und gehen ihrer Wege. Und Zekan bekommt am Ende immerhin noch Zuspruch von Wonsamdi. Aber so richtig geht es da nicht voran. Und alle sind sich extrem unsicher. Shaw und Finn erreichen der Val Nazmir, treffen direkt auf Trolle mit Spinnenmustern auf der Kleidung. Aber auch welche, die aussehen wie Königswachen. Sie werden direkt angegriffen. Shaw bleibt zurück und Finn und die Mannschaft können fliehen. Der erste Vorstoß der Allianz ist also nicht so gut gelaufen. Finn segelt daraufhin schnellstmöglich zurück und platzt direkt ins Bankett von Jaina, Alleria und Turalyon. Und berichtet von Shaw und den Trollen. Das einzige, was er von der Küste noch mitnehmen konnte, ist eine halb verbrannte, halb zerrissene Nachricht. Die gibt er Alleria und die erkennt direkt die thalassische Sprache auf dem gefundenen Papier. Sie will gleich Anduin informieren und aggressiv vorgehen. Aber Jaina bittet um Zeit. Sie möchte lieber alles aufklären. Und da geraten die Damen so ein bisschen sehr aneinander. Da wurden die Blicke und die Intensität des Gesprächs sehr schön hervorgehoben. Und an wen könnte sich Jaina nach diesem Schrecken natürlich wenden? Wir springen wieder nach Orgrimmar. Und je Feuerfote unser Pandaren, der bringt Thrall eine Nachricht von Jaina. Die bittet um ein Treffen. Sie sprechen mit dem Rat. Der stimmt zu und Talisra öffnet sofort ein Portal, wo Thrall und Jaina durchgehen, um Jaina und Anduin zu treffen. Da tauschen sie Informationen aus, besprechen die angespannte Lage und Thrall bekommt zwei Tage, um alles aufzuklären. Sowohl die Geschichte mit den dunklen Waldläufern und dieser thalassischen Nachricht, als auch die Problematik mit Shaw, der jetzt wohl in irgendeinem Gefängnis versauert. Wir erfahren im Folgenden allerdings auch, dass die Troll-Rebellen das Treffen beobachtet haben. Sie wollten diesen massiven Sturm, der überraschenderweise von denen ausging, dann auf den Treffpunkt leiten, haben es allerdings nicht ganz geschafft. Jaina konnte mit entsprechenden Portalen und Zaubern alle in Sicherheit bringen. Währenddessen erfahren wir aber auch, dass nur noch drei Schreine von Wonsamdi übrig sind. Die Rebellen sind also fleißig, wissen von der Verbindung zwischen Talanji und Wonsamdi und zerstören seine Schreine, töten seine Anhänger und das schwächt den Loa natürlich massiv. Jaina und Thrall kommen derweil in der Saal-Lore an, sie sprechen mit Talanji, erklären auch das Bündnis mit den dunklen Waldläufern und den Rebellen. Und das erklärt natürlich einiges für Talanji, warum die so koordiniert vorgehen konnten, warum sie überall sind, wo dieses Taktikgefühl herkommt. Ja, und jetzt sieht sie sich natürlich einer noch größeren Übermacht entgegengestellt, als es ursprünglich schon der Fall war, als sie nur von den Rebellen wusste. Ja, und sie akzeptiert die Hilfe der Horde letztendlich, muss jetzt aber zuschlagen. Sie hat nicht Zeit für große Verträge und Gespräche. Jetzt ist Zeit für Härte. Die Schreine müssen verteidigt werden, sonst könnte es bald für alle zu spät sein. Bevor es jetzt richtig zur Sache geht, haben wir auch eine kleine Szene mit Shaw in seiner Zelle. Der hat mega Langeweile, versucht sich irgendwie zu beschäftigen, mit den Wachen ins Gespräch zu kommen, denkt an Finn und schlägt die Zeit tot, aber viel mehr kann er da einfach auch nicht machen. Kein Schorkentrick hilft ihm aus dieser Misere. Jetzt geht's langsam zur Sache. Cekan und die Zandalari-Armee gegen die Rebellen. Wir sind in Nazmir, die Waldläufer sind auch dabei. Und wir sehen, dass sie wirklich von nichts zurückschrecken. Auch Kinder sollten da geopfert werden, um natürlich als Falle zu dienen, um die stolzen Trolle des Imperiums hervorzulocken, um sie aus ihrer Deckung zu holen, um aber auch die Schreine zu schwächen, Bwonsamdi eben seiner Kraft zu berauben, wenn seine Jünger und Diener ein Ende finden. Ja, und Cekan versucht die Kinder zu retten, bleibt dabei allerdings im Moor stecken. Nazmir wissen wir, dieser räudige Sumpf. Und die Waldläufer entzünden im Folgenden dieses Moor, diesen Teer. Und Cekan verbrennt und hat tatsächlich sein Ende gefunden. Allerdings ist er unser guter Bwonsamdi noch da. Und er schützt natürlich die, die ihn schützen wollen. Und so rettet er Cekans Seele. Er zieht ihn wieder zurück. Cekan war nämlich gerade dabei, in Richtung Schlund zu stürzen. Wir wissen, wir sind in den Zeiten schon angekommen, wo die Schattenlander aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das heißt, die Seelen werden nicht mehr aufgeteilt, sondern alles wird in den Schlund gezogen. Aber wie eben angesprochen worden, Bwonsamdi schützt die Seelen und kämpft gegen diesen Sog an, zieht Cekan wieder zurück. Dieser erleidet superschwere Verbrennungen, wird erstmal wie so eine Mumie eingepackt in irgendwelche Wickel und kann tatsächlich wieder in der Welt der Lebenden wandeln. War allerdings eine sehr knappe Geschichte. Und die Kinder konnten auch gerettet werden. Während bei der Horde die Kacke also ordentlich am Dampfen ist, schleicht sich Anduin eines Nachts ins Goldhine-Gasthaus, hat sich so ein bisschen verkleidet, die Haare mit Schuhcreme war's, wenn ich mich nicht irre dunkel gefärbt und genießt ein Bier, genießt die Atmosphäre, lässt seinen Blick durch das Gasthaus schweifen und sieht auf einmal Jaina da stehen. Sie reden dann kurz über die Situation. Jaina versteht auch, dass Anduin diese Auszeiten manchmal braucht. Und ja, dann gehen sie auch schon wieder auseinander. Wir erfahren im Folgenden mehr über Apari, also die Hexe, die Anführerin der Troll-Rebellen. Und sie ist nicht nur die Tochter von Yasma, sondern auch Talanjis alte Freundin. Und jetzt eben die Rebellenanführerin. Es gibt eine kleine Erinnerung von Talanji selbst an die Schlacht um Dazar-Aloa, also unser großer Raid, der auch mit Jaina endete und auch mit dem Tod von Rassakan natürlich. Und während des Beschusses, während der Belagerung, da stürzte eine Säule auf Apari und sie war drunter gefangen. Talanji lief an ihr vorbei. Sie hat ja auch zugerufen, Hilfe, bitte helf mir doch. Und Talanji eilte aber lieber zu Rassakan, sicherte ihr aber zu, sie wird Hilfe schicken. Ja, wollte aber lieber zur Familie, zu ihrem Vater. Und als diese kleine Erinnerung vorbei ist, gesteht sich Talanji ein, dass sie nicht mal mehr weiß, ob sie wirklich Hilfe geschickt hat und was danach passierte. Alles ist so ein bisschen verschwommen. Und Wonsamdi taucht dann auf zum Aufmuntern, spricht von Hoffnung. Wo Tod ist, ist auch Leben und so weiter. Ganz philosophisch drauf, der gute Mann. Und Talanji schöpft dann langsam neuen Mut und hofft natürlich auch auf die Unterstützung der Horde. Während Talanji hofft, rückt Nathanos weiter vor, mit dem Witwenbiss, mit den Rebellen im Nacken. Und das läuft relativ problemlos. Die Schreine konnten sie einnehmen, sie sind jetzt Richtung Nekropole unterwegs. Und Nathanos, der ja auch weder Schlaf noch Hunger kennt in seiner Form, dem erscheint plötzlich sein Vetter, also der, der geopfert wurde damals beim Ritual, um ihn stärker zu machen. Seine einzige Reue nennt er ihn in Gedanken. Und diese Reue will ihm Schuld einreden. Nathanos widersteht allerdings und am Ende offenbart sich Wonsamdi. Überraschung, der Loa, der Trixa, der ist natürlich in seiner Heimat, in seinem Metier und versucht, alle Tricks entsprechend auszuspielen. Talanji macht sich derweil auch bereit. Sie weiß, die Zeit arbeitet gegen sie. Sie sammelt ihre Truppen und kurz bevor sie dann losziehen Richtung Nazmir, kommen auch die Truppen der Horde zur Unterstützung angeführt. Natürlich von Thrall, von Bane, auch Talysra ist mit dabei. Verschiedenste Truppen, verschiedenste Völker und die ziehen gemeinsam los. Nathanos und seine Truppen sind derweil natürlich auch nicht AFK gewesen. Die rücken zur Nekropole vor, finden noch einige obere Diener von Wonsamdi und zwingen die, ihren Loa eben herbeizurufen. Wonsamdi erscheint auch, ist allerdings selbst in diesem eher kraftlosen Zustand noch eine echte Herausforderung und setzt sich sehr gut zur Wehr mit diversen Todes- und Seelenzaubern und Nathanos kommt ganz schön ins Schwitzen mit seinen Truppen und hat ordentlich zu tun. Talanji, Thrall und Co. nähern sich allerdings auch der Nekropole und kurz bevor sie richtig nah dran sind, taucht Tayo auf. Das ist die rechte Hand von Aparia, also die Leibwächterin, die oberste Offizierin von unserer Hexenmutter, der Rebellenanführerin und die verrät die Rebellen und hilft der Horde, den besten Weg zu finden, denn es gibt natürlich Fallen, es gibt Minen und als sie da durch sind, durch dieses Minenfeld, entstehen auch sofort die ersten hitzigen Kampfspots und Apari fokussiert auch sofort. Talanji wirft einen Blitz auf sie mit ihrer letzten Kraft, denn auch sie ist von den letzten Tagen diversen Verletzungen und Co. ordentlich ausgemergelt. Talanji wirft allerdings den Blitz mit einem Schild zurück, Apari kracht gegen einen Stein, ist dem Tode näher als dem Leben und Tayo richtet sie dann mit einem Messer, während Talanji ihre Hand hält und sogar Mitgefühl empfindet, noch einen Zauber gewoben hat, um ihr quasi einen leichten Übergang zu bescheren und ihr die Schmerzen und die Sorge zu nehmen und erinnert sich so ein bisschen an die schönen Tage mit ihrer Freundin und empfindet richtig Mitleid, was jetzt aus ihr geworden ist. Apari allerdings findet ihr Ende. Syrah wird derweil von der Horde umzingelt, hat nicht so viele Chancen, als dann auch die Anführer sich um sie versammeln, wird K.O. geschlagen und gefesselt. Auch Nathanos steht jetzt plötzlich einer Übermacht gegenüber und in letzter Sekunde wird er von einer schattenhaften Ranke gerettet und in den Himmel gezogen und man hört ihn nur noch sagen, meine Herren, meine Königin und dann war er auch schon weg. Es gibt allerdings folgende Feststellung, seitens der Hordenpartei, ihre Macht wächst. Also jetzt Sylvanas nicht nur in der Lage selber rumzufliegen, sondern auch mit ihren schattenhaften Ranken überall in der Welt anscheinend aufzutauchen und ihre Diener. Die kann sie so auf diese Art und Weise dann retten. Nathanos war weg, der Sieg schmeckt ein bisschen bitter, ist aber dennoch ein Sieg. Die Horde feiert, die Trolle feiern, Talanji will ihren Sitz im Rat der Horde auch annehmen und somit ist es Zeit für ein Festmahl. Wonsamdi geht es auch langsam wieder besser, allerdings dürfen wir Matthias Schorn natürlich nicht vergessen. Der versauerte jetzt lang genug im Gefängnis und war ja auch Bestandteil des Deals zwischen Anduin und Thrall und er wird freigelassen und mit einer Schmuggler-Crew gleich wieder Richtung Sturmwind geschleust. Allerdings kriegt er ein Souvenir mit. Die gute Sira, die ist unter Deck, schön verschnürt und wird als Geschenk übermittelt. Allerdings mit einer Nachricht von Thrall, sie soll doch bitte Malfurion und Tyrande ausgeliefert werden. Das machen die Allianz-Anführer natürlich auch, allerdings redet Anduin vorher nochmal mit ihr, nachdem sie in Sturmwind angekommen sind. Und er ist enttäuscht von dem, was er hört. Sira eigentlich total wahnsinnig, ja, so nach dem Motto, macht doch, was ihr wollt. Silvanas, selbst wenn ihr sie findet, ihr kommt zu spät und ihr könnt nur noch verlieren und sie hat auch keine Einsicht, keine Reue in Anbetracht des Leides, was sie über so viele gebracht hat. Und so geht Anduin wieder von ihr weg, blickt sich allerdings noch einmal um und während er das tut, entfesselt er plötzlich einen Funken violetter, dunkler Energie, die langsam seinen Arm hinunterläuft, bisschen zu seiner Hand. Das haben auch alle gesehen, aber keiner wusste so wirklich, was es damit auf sich hat. Das schien auch sehr anstrengend zu sein, denn Anduin taumelt und sucht dann so ein bisschen verzweifelt nach Reaktionen, die ihm weiterhelfen in den Gesichtern der anderen, die gerade drumherum standen. Alle sind besorgt und Sira lacht. So nach dem Motto, ah, kleiner Löwe, da hast du wohl dein Glauben verloren. Und das, was möglicherweise, vorhin haben wir es gehört, Anduin erkallt, berechnend, Herz aus Stein, was zwar die ganze Zeit in ihm gewachsen ist, diese Dunkelheit, die bricht jetzt vielleicht langsam hervor. Badass Anduin, die Leere, wir werden sehen. Als Tyrande von der Sache mit Sira erfährt, kommt sie sofort im Gefängnis von Stormwind vorbei, besucht Sira mit Maiev und Chandris im Gepäck und will sie natürlich sofort töten, lässt allerdings letztendlich Gnade walten, nicht zuletzt, weil Maiev und Chandris ihr gut zugeredet haben. Sira meint dann, Tyrande hätte ja eh nicht den Mut für sowas und erntet dafür sofort einen Schnitt an der Kehle. Der ist nicht besonders tief, aber lässt natürlich die Absicht von Tyrande recht deutlich hervorstechen. Und beim Gehen meint Tyrande nur noch, leider habe ich diesen Mut und das macht mir ziemlich Angst und das sollte es allen anderen auch machen. Ja, also sie weiß auch von dieser Entwicklung, so ein bisschen klare Tyrande scheint auch noch da zu sein, zumindest konnte sie sich hier auch nochmal zurückhalten, aber ob das so bleibt, wir werden sehen, auch wenn ich mich an das Cinematic mit Tyrande und Nathanos erinnere, mal schauen, wo das noch endet mit dieser dunklen Seite des Mondes. Das war's soweit mit der Allianz, wir springen wieder nach Dazar Alor, da reißt die Horde gerade ab und sie bekommen Tayo, also die ehemalige Offizierin von den Rebellen, die bekommen sie als Berater mit, Thrall ist relativ happy, er sagt, hey, die hat uns ja davor gerettet im Minenfeld zu sterben, also was soll schon schief gehen, die nehmen wir einfach mit. Abends erscheint dann Wonsamdi bei Talanji und erinnert an den Deal, den sie hatten, nämlich die Bindung, die wollten sie ja auflösen. Talanji zögert allerdings und hat eine bessere Idee, sie will, dass Wonsamdi-Loha der Könige bleibt, aber er muss Einfluss abgeben, sie brauchen auch Gong, sie brauchen Akunda, sie brauchen sämtliche Loa und bei Wonsamdi geschieht das dann so ein bisschen witzelnd ein und meint, ja gut, der Loa des Todes, ich kenne mich nicht besonders aus mit irgendwelchen Erntesägen und sonst was, ja vielleicht brauchen wir die anderen ja wirklich und solange er der Loa der Könige bleibt, kann er da ein paar Abstriche durchaus verkraften. Sie machen einen Deal und am Ende erscheint dann tatsächlich nochmal Rastakhan für Talanji und sie reden und er ist stolz auf sie und er sagt sowas wie, es gibt keine perfekte Königin, wir müssen immer an unseren Aufgaben wachsen, immer für das Volk und so. Die übliche Rede, wie werde ich ein guter Anführer, dann entschwindet er auch wieder und Talanji ist natürlich sehr, sehr sad und er hat aber schöpft auch neuen Mut und blickt jetzt in eine neue Zukunft für ganz Zandala. Auf den letzten Seiten im Epilog springen wir zu einer Szene, die wir kennen, denn Sylvanas zerstört die Krone des Lichtkings und tritt in die Schattenlande über und dort erscheint auch Nathanos, der ja von dieser schattenhaften Ranke darüber gezogen wurde und sie ist eigentlich ganz happy und wartet drauf, dass Nathanos jetzt von den geilen Kämpfen und dem Sieg prahlt, aber der sieht aus wie ein geschundener Hund und berichtet von der Niederlage. Sylvanas ist total enttäuscht, ist auch super sauer, weil ihre Pläne sich jetzt sehr verkomplizieren, weil Wonsam, die ja weiterhin jemand ist, der auch Seelen abzwacken kann, wie was bei Zickern zum Beispiel gehört haben und somit wird ja auch ihre Machtposition so ein bisschen ins Wanken gebracht. Ja, und sie beschließt, ihn hinter sich zu lassen. Das war's mit ihrem Champion. Denn Nathanos sagt, ja, ich warte bei Marys' Siedlung auf weitere Befehle, ist so ein bisschen nicht mehr der Champion, wie wir ihn kennen. Er sieht jetzt eher aus wie so ein Küken, was aus dem Nest gefallen ist und auf die Mutti wartet. Das war ganz, ganz traurig beschrieben im Buch. Und ja, er geht nach Hause, er wartet auf weitere Anweisungen, aber Sylvie sagt eigentlich nur, ja, ist mir egal, unsere Wege trennen sich hier, ich brauch dich nicht mehr, mach was du willst. Und im Folgenden wird auch nur beschrieben, wie sie zum Turm der Verdammten, wie sie zum Jailer schreitet, in die Dunkelheit, in die Richtung eben der Schatten, der des Todes marschiert, könnte man sagen. Und es ist ja auch egal, ob Nathanos jetzt noch da ist, hinterher guckt, wo er hingeht. Also, Sylvanas ist jetzt eins mit diesem Tod, mit dieser Macht und hat darauf hingearbeitet und ist jetzt auch endlich da. Halt, Stopp, Freunde, wir müssen hier kurz reingrätschen, denn aus irgendeinem Grund gibt es massive Unterschiede, den Epilog betreffen, mit Hinblick auf die deutsche und die englische Version. Warum auch immer. Vielen, vielen Dank an Whitey für den Hinweis, denn während die deutsche so abläuft, wie ich es eben kurz zusammengefasst habe, haben wir in der englischen beispielsweise eine Szene, in der Sylvanas die Worte von Sauerfang erneut im Hinterkopf hat, nämlich You keep failing. Du versagst immer wieder und immer weiter. Die versucht sie dann allerdings zu verdrängen und sagt Nathanos ebenfalls, dass er gehen soll, wohin er will, aber er soll nicht untätig sein, er soll bereit sein. Der Loa, der jetzt noch am Leben ist, unser Wonsamdi, der kennt die Schattenlande gut und Sylvanas geht stark davon aus, dass Nathanos, dass sie da gerade rücken wird, dass er einen Weg, ein Mittel finden wird, um die Einmischung von Wonsamdi zu verhindern, um letztendlich seine eigentliche Mission noch zu erfüllen und dann schnippt sie mit den Fingern und macht sich auf den Weg Richtung Jailer. Aber das sind ja wirklich nochmal Hinweise und Aussagen, die ein ganz anderes Ende hier eigentlich darlegen und ich habe keine Ahnung, warum sie sich entschieden haben, das komplett wegzulassen, das komplett zu vergessen. Also das ist ein ganz grober Schnitzer und zeigt ja eine ganz andere Beziehung nochmal auf zwischen Nathanos und Sylvanas, nämlich, dass sie nicht endgültig fertig mit ihm ist und dass sie nicht komplett von seinem Versagen oder ihr Denken von seinem Versagen dominiert wird und sie ihn einfach ad acta legt, sondern, dass sie weiterhin etwas von ihm erwartet und dass Nathanos demnach auch völlig zu Recht so selbstsicher Tyranne gegenübertreten konnte. Schade, Blizzard. Was ist da passiert? Ja, Freunde, das war meine kleine Zusammenfassung zum Übergangsroman. Hofer hat euch gefallen und hat euch nochmal so ein bisschen warm gemacht für Shadowlands. Wir haben jetzt nicht übermäßig viele Ereignisse, die man unbedingt wissen musste, um den Anschluss auch wirklich zu finden, aber ich denke, viele Details und viele Machenschaften diverser Charaktere haben jedoch nochmal ein anderes Licht auf diverse Ereignisse und Entwicklungen werfen können. Deswegen hoffe ich, es hat euch wieder gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und wir sehen und hören uns dann in den nächsten Videos und gerade in den nächsten Lore-Videos werden wir uns bestimmt auf die ein oder andere Informationen aus dem Buch auch beziehen können. Macht es gut, bleibt gesund und tschau's.